Was haben wir gelernt? Schick aussehen ist irgendwie auch Teamwork. Jeder musste um diese Vereinsscheine von Rewe regelrecht bringen. Das ist Judo! Solche Prämien bekommt man natürlich nur, wenn wir im letzten Jahr alle mitmachen. Auch die, die nicht im Verein sind. Auch dieses Jahr geht's nur gemeinsam. Pro 15 Euro Einkaufswert gibt's wieder einen Vereinsschein. Den Schein online oder in der Rewe-App einem Sportverein zuordnen und die Vereine können sich tolle Gratisprämien sichern. Jetzt wieder da. Scheine für Vereine. Rewe. Dein Markt.